Du Jud, du Schwule, du Zigeuner! Menschen wurden ins KZ Mauthausen gebracht. Was hatten sie verbrochen? Sie waren anders, als die Ideologie es verlangte. Ich glaube, dass Gott diese Welt in ihrer ganzen Vielfalt geschaffen hat und so frage ich mich, was hätte Jesus wohl zu ihnen gesagt? Zu den Jüdinnen und Juden? Zu den Homosexuellen? Zu den Sinti und Roma? Was hätte er gesagt zu den SS-Soldaten? Ich weiß es nicht, aber ich glaube ganz fest, er wäre mitgegangen. Bis nach Mauthausen. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss.